Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Voyager Wieder mit dabei, mein Co-Moderator, Bird of Play Der Klassen Clown vom Strich, wollte ich gerade sagen Nein, das ist der, der sagt, heute singt sie wieder das Divo Also entschuldigt bitte, es ist jetzt halb eins in der Nacht Es ist der 17.07.2016, nur damit ihr mal wisst, wann wir das aufnehmen Wir nehmen das in einem Rutschen übrigens alles auf Weil wir gerade ein übelst Bock drauf haben Ja, und ich gebe zu, ich werde langsam müde Aber ich freue mich auf meine nächsten zwei Episoden Und ich habe gehört, jetzt haben wir hier so eine kleine sinnlose Episode, die aber cool war Hast du gerade sinnlos gesagt? Ja Ah, okay Ja, wir haben jetzt Zeitschiff Relativity Oh Gott, dieses Stimmspiel, das war aber ganz echt elegant Schulterklopfer Dich wirklich auf uns lassen, in meinem Glauben, oder? Ja, das war auch mein Spaß Nein, kommen wir mal, Zeitschiff Relativity Heute ist ja Montag, das heißt, ich werde euch die Laune wieder nach oben heben Und Lutz tut es euch ja wieder am Wochenende senken Weil er ein Arschloch ist, ja Ich bin also nicht zu euch Richtig, weil er ein Arschloch in dem Sinne gerade ist Wenn du das so austricken willst Er versaut euch das Wochenende Leute, die ihm das Wochenende versauen, sind Arschlöcher Nein, Lutz weiß, Lutz weiß, wie es gemeint ist So, gut Ja, er beleidigt mich gar nicht mehr durch den Walsch Gut, ähm, Zeitschiff Relativity, um was geht's denn? Ja, also man, man, man Es geht los mit einem fetten, epischen Rundgang durch Utopia Planitia Ja Und man, Galaxies, Akiras, Excelsior Ich bin gerade, ich wollte gerade sagen Sieht man da auch nicht, wie eine Excelsior gebaut wird Ja, das ist sogar, das ist das Hauptbild, was genau rechts gleich im Bild eintrifft Das ist sofort das Hauptbild Obwohl ich das interessant finde, dass die da immer noch Excelsior bauen in der Zeit Das sind aber die Refit-Varianten da schon Obwohl ich gerade sagen wollte, vielleicht ist es noch nicht beim Bau, sondern Umbau Das sind die Refit teilweise, ja Ähm, und ja, die Enterprise D Und, und, und dann die fette Entschweppet Bam, bam Wohl, wohl bemerke ich, wenn das immer wieder lustig ist Ist mir nie aufgefallen Ich hab das irgendwo mal auf Memory Alpha und Screechert gesehen Dass direkt unter der Schiffswerf, wo die Voyager gebaut wird Direkt darunter wird die Enterprise gerade umgebaut Für Star Trek 7 Fand ich immer interessant Cool Ähm, und jedenfalls, ja Da, ne, da ist halt dann so Seven auf der Voyager Cassie kommt gerade frisch rüber Begrüßt den Admiral, der stellt ihr drei Wissenschaftsfragen Und, ja, dann geht sie ins Schiff Seven muss irgendeine temporale Bombe finden, ne Ja Und wird dort in verschiedene Zeitperioden geschleudert Und, ja, das ist eigentlich das Größte Ne, das Größte Die Episode ist richtig geil Relativity ist geil Äh, wie hat SF DeBreeze das so schön gesagt? Die Episode ist so richtig, I don't give a shit Ja Die ist, die ist dumm und sinnlos, aber cool dabei Ich kann mir nicht anders helfen Weil, erstens, das mit der Utopia Planitia ist übelst, gell? Ja Ich find sowieso, es gibt... Die Visuellen in der, in der Episode sind Bombe, muss man mal so sagen Es gibt wirklich für mich zu wenig, äh, Zehen, wo auch mal, ähm, Raumdruck attackiert Oder wie ein Schiff, wie so ein Käpt'n so ein Schiff übernimmt Du, du hast nur einmal Utopia Planitia gesehen Und das war auf Mars Und das war in, ich glaub, in der Episode TNG Parallel Wo du auf dem, auf dem Boden vom Mars gesehen hast Da war so eine Werft Und die haben gerade Untertassensektionen und Triebwerke von der Galaxy-Klasse hergestellt Das war das Einzige, was du mal von Utopia Planitia gesehen hast In TNG Und dann kam Voyager, Jahre später Und hat diesen, hat diese, diese richtigen, richtigen Komplex gezeigt Was ich immer wieder awesome finde Und, ähm, ja, wie denn er halt Und nochmal, wie du siehst, wie so ein Käpt'n so ein Schiff übernimmt Guck mal, du musst dir vorstellen, jeder Käpt'n materialisier 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 Mimt sich auf sein Schiff, sag's doch einfach Kommt in seinem Transporterraum an Und wird von einem fetten Admiral begrüßt Hahaha Dodo geht auf Fett Die Dünnen sind bloß dazu da, um dünn zu sein Nein, aber es war halt in Voyager Ähm Ja, oder von einer Dame Kommt drauf an Und Ja Das ist Erstens haben die Admiralte ganz schön viel zu tun, ne Bei so vielen Schiffen, die da am Tag über ein Band gehen Wie viele Käpt'n die da die Hand geschüttelt haben Und sich danach nicht die Hände gewaschen haben Vor allen Dingen überleg dir mal An dem Tag sind zwei Schiffe aus dem Raumdok gelaufen War nicht auch die Sandarscheid gerade dabei Aus dem Raumdok rauszulaufen Der, die Akira, die dort rauszieht Das war, soweit ich weiß, die Sandarscheid Es ist gerade interessant Wir unterhalten uns gerade mehr über Utopia Ich hab da nichts hier Als wir über die Merkel-Folge Und die Folgen davor uns unterhalten haben Ja, aber wir sind jetzt schon bei fünf Minuten Nein, ähm Das ist ja Das ist einfach umageil Ähm Sowas zu sehen, wie so ein Schiff Gezeigt wird Aber ich muss sagen Da war Cassie der Ganz ehrlich Das, was sie gemacht hätte Hatte ich auch gemacht Sie hat einfach mal ihr komplettes Schiff auswendig gekannt Nein, das wird jeder Käpt'n Weil geil, du bist so aufgeregt Der erste Kommande Außer du kriegst eine Miranda Da würde ich mich in den Arsch beißen Ich glaube, da würde ich sagen Ey, die kann ich ja nicht nur auf Tier 2 aufwerten Etwa, was sei der Scheiß Ne, aber erstens Stell dir mal vor Stell dir mal vor Du bist zum Captain Und die so Ja, wir haben hier ein Schiff Kriegste Komm, furcht das erwerft Und du so Boah, jetzt krieg ich Ey, so nach dem Motto Boah, ich krieg eine Galaxy Oder so Oder Boah, sogar vielleicht die neue Superman NX Und dann Und dann kommst du so Ins ESD Mit der Fähre Und du siehst da Daneben steht eine Galaxy Die Klasse Und dann Siehst du bloß so Wie der Shuttle abbiegt Und hinter der Galaxy Die kleine Miranda steht Das ist ja so Das erinnert mich gerade so An Stur-Tutorial Ja Wenn du an dem ESD Vorbeifliegst Und da läuft gerade Eine Vesta-Klasse aus Und dein erster Offizier Oder so sagt Deine Freundin In dem Fall War es ja noch Quatsch ich dazu Oh, das Schiff ist super Awesome Neueste Technologie Und dann biegt der Shuttle ab Und siehst du im Raum Dock dann Diese kleine Miranda Und ich glaube Jeder Spieler Denkt sich doch so Ich will die fucking Beste haben Ich muss sagen Die Miranda hatte auch schon Ihre Aufträge Wie zum Beispiel Hier auch bei Cisco Das fand ich ganz gut In der Die PZ1-Pilot-Folge Ja Kann man mal machen Ehrlich Manchmal denke ich aber wirklich Dass die Dass die Miranda Vielleicht auch in der Vordenkung Mehr verschwunden wäre Zum Beispiel Wie die Oberf-Klasse Du hast es zwar gesehen Hättest du sie bloß registriert Aber ich glaube Viel Miranda-Hype Ist auch wegen Star Trek 2 Muss ich mal so Ja Das sowieso Weil als solches Ist an der Miranda Ja Die ist Die ist interessant Aber ich glaube Ich habe hier immer noch Mein Diorama Von der USS Majestic Das Schiff Was in der Schlacht Um Deep Space Also in Operation Return Darauf gegangen ist Habe ich hier immer noch Umsteht Das Kaputte oder was Habe ich dir das noch nie gezeigt Nein Holen wir nach Es gab damals So eine Serie Von Johnny Lightning Hießen die Die haben dann auch Ich habe auch noch Die Asati Prime Enterprise Und die ganzen Höhenbrüchen Und da Ich habe mich so gefreut Die sind nämlich Relativ teuer mittlerweile Original verpackt Die USS Majestic Und du siehst richtig Die Flammen aus der Untertasse rauskommen Wo der Torpedo gerade eingeschlagen ist Geil Aber kommen wir mal Zu der Episode zurück Ja entschuldige bitte Ich denke total abgeschwäuft Auf die Miranda Ähm Ja was soll ich sagen Eigentlich Ich fand die aber auch irgendwo spannend Gebe ich zu Weil Diese verschiedenen Zeitperioden Seven muss sich immer durchschmuggeln Obwohl ich mal ganz ehrlich Eines sagen muss Es hat für mich Irgendwo nicht so richtig Sinn ergeben Dass Braxton die Bombe In der Zeit gelegt hat Wo 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 Ähm Die Voyager von den Käsern Angegriffen worden ist Und jetzt ist er aber Bei Utopia Planitia Das fand ich schon immer So ein bisschen merkwürdig An der Episode Aber es ist halt Wie gesagt SF Debris hat absolut recht Die Folge sagt einfach I don't give a shit Ich mach einfach Und es funktioniert In der Episode Warum auch immer Ja Die hat mich echt in ihren Bann gezogen Die Episode ist echt geil Ich glaub ich guck mir heute sogar noch mal zeitlich Relativity an Na egal Ähm Ganz ehrlich Pluspunkt Die Uniform Von Relativity Fand ich schon immer cool Und das Schiff als solches Die Wärts Ich fand die schon immer irgendwo Hatte die was Ja aber ich fand ja so cool Wenn der Captain Braxton Der Captain Braxton übereinander trifft Ja Ja es ist geil irgendwo Und dann er sagt Ha Wir haben so viel bei Kirk James Die haben uns alle zerstört Ja Oh das erinnert mich grad An Deep Space Nine Die beiden Äh Temporalen Temporalen Agenten bei Ja James D. Kirk Der Mann war eine Plage Seine Akte ist dick Ja Nee aber Wie gesagt Das fand ich schon Die Folge hat es wirklich Also Sie hat zwar jetzt keinen richtigen Sinn dargestellt Aber Sie war einfach geil Ah Und das ist halt der Kontrast Wir haben jetzt so oft bei mir gehabt Ergibt keinen Sinn Ergibt keinen Sinn Ist Schwachsinn Warum existiert das Ja und Relativity ist eigentlich auch genauso Sie macht keinen Sinn Sie Sie existiert einfach Aber ist cool dabei Ja sie ist irgendwie Ja Wie gesagt Ich bin ein riesen Fan von der Wales Ich weiß dass die Zumindest damals bei mir In einer Flotte In meiner Star Trek Online Flotte Als das Ding rausgekommen ist Mochte man die nicht sehr Also zumindest die In meiner alten Flotte Damals haben gemeint Dass die Nicht cool wäre Aber ich fand die cool Ich Damals war es für mich Definitiv das beste Science Schiff Was in Star Trek Online Raus war Und Ich hab das Ich flieg das Ich hab das Ich würde das Ding Jetzt vielleicht auch immer noch fliegen Wenn ich diese neue Eternal Klasse Jetzt rausgekommen wäre Von Stop Ja Weil Damals als Wir das Video gedreht haben War die noch neu Die Die Das Schiff Ja die Das kommt ja bei Zehn Wochen danach Ja Dann war es noch neu Ja ne Aber Das sehe ich genauso Es zeigt einmal mehr Dass Solche Solche Sachen haben Einfach Folger Gerade am Anfang Sehr gefehlt Muss ich so sagen Das stimmt Da war die Space Nine Sogar stärker Da verbringst du Da verbringst du deine Zeit Mit solchen Sachen Wie Raumverzerrung Und Unschuld Und Und Solchen Kladderadatsch Und dann sagst du Kommt in der 5. Staffel Einfach so ne Folge Ach komm Scheiß doch Ich mach einfach was Ja komm Dazu kommen wir ja noch Hab doch mal Geduld Wir kommen jetzt erstmal Zu deiner Hassepisode Aber Ist sonst Eigentlich Eigentlich jetzt Nicht mehr Ich glaube Dass es eigentlich Das Abschluss Und sagen kann Die Episode ist sinnlos Aber scheiße Geil Ja Richtig Sie macht keinen Sinn Wie gesagt Dass die Bombe Dann auf einmal Gut Temporal Temporale Verzerrung Blablabla Ist klar Ja Aber Sie macht nicht viel Sinn Aber Es ist egal Es ist einfach Scheiß egal Ja Und damit Ganz kurz Nochmal ganz kurz So ne Episode Ist auch Chaotikas Braut Für mich Sinnlos Aber cool Ja und mit diesen Worten Gleite ich aus der Episode hinaus Aus dieser Folge Ich hoffe wieder mal Es hat euch gefallen Und wir sehen uns Bei einer nächsten Folge Von der Talkshow Hier Wieder mit dabei Mit der Not sein Wie auch sonst Und ja Ich sag bis zum nächsten Mal Bis dahin Ciao Und merkt euch Sinnlosigkeit kann auch cool sein Irgendwie Das war's